Ich mag dich, Germania. An dem Nachmittag gab es dann gleich zwei Wunschkonzerte für euch. Wann waren wir vom letzten Mal in einem Konzert? Ja, vor Corona zu. Hilde Rechtenwald hat uns geschrieben, die Tanzschritte sahen echt witzig aus. Ich mag sie ja gerne, Miles Davis, aber ich glaube für die Straße muss es etwas lustiges sein. Ich bin Baby Elephant Book von Mazzini, bin gespannt auf deine Tanzschritte und die Improvisation. Liebe Hilde Rechtenwald, etwas Miles Davis. Hilde Rechtenwald Musik Fremdchämdjeesss Vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Sie sind schon Ihnen hervorragend. Dankeschön. Ich höre Sie sich oben ins Büro und freue mich immer, wenn Sie da sind. Achso, so oft fühlst du gar nicht da. Was ist... Aber ich krieg das sofort mit... Achso, was ist Ihr Liebling, wo Sie es dir? Eigentlich das, was Sie jetzt gerade spielen. Okay, äh, Spanier, 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 Spanier. Ja, richtig, richtig schön. Schön, ja. Im Internet können Sie weiterhören. Wir sind Janus statt von Peter. Alles klar. Wir freuen uns sehr über Kommentare. Also in den Kanalen. Ja, wunderbar. Halten Sie schön durch. Danke, ja. Schönen Tag noch. Jetzt macht er noch nicht mehr so lange. Das ist dann. Baby Elephant Walk für Hilde Rechtenwald. Okay. 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 Musik Was ist dein Lieblingsmusik? Welche Stadt kommt du aus? Ja Wo in Russland? Welche Stadt? Ja Musik Musik, die italienischen Musiker? Musikinstrumente? Yes! Yes! Die italienischen Musik? Äh, kakoi? Kakoi? Äh, Gitarra! Gitarra! I like you, Germania! Hey Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen. Wenn ihr eure Meinung loswerden wollt, macht das gerne im Kommentarfeld und wenn ihr mich abonnieren wollt, sodass ihr immer alles mitkriegt, dann macht das bitte hier! Komm schon! Oh, yeah. Oh, yeah.